Ja und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Banished auf dem Kanal von Kaffebecherlp. Jedes Mal, wenn ich mal auf meine Aufnahmetaste drücke, dann schließt sich hier so ein Fenster. Aber ich suche mir nichts anderes aus, weil bei Minecraft ist die Taste immer ganz gut. So, die fällen hier weiter. Der Winter ist ja überstanden, wir haben jetzt schon Sommer wieder. Und müssen gucken, dass wir mehr Arbeiter kriegen. Und müssen dann eventuell gucken, jetzt gucken wir ja nach den Ressourcen, so wie Stein und Holz. Aber wir müssen halt auch gucken, dass wir bald genug Nahrung immer haben. Den behalten wir mal so. Ne, so ein Nahrungsmangel ist auch nicht ohne, ne? Wie sieht's aus beim Quarry? Da ist noch viel, was removed werden muss. Sagen wir einfach, du wirst nochmal Farmer. Ein Farmer. Ich bin ein Farmer. Das Problem ist, die Squarsh werden irgendwie nicht rechtzeitig fertig, weil die Farmer sich nicht so 100% darum kümmern. Dafür wird aber das Korn fertig, also der Mais. Jetzt wird geharvestet. Gehen sie hin, gehen sie aufs Feld und dann machen sie... Dann wird das alles gold. Locks, allow. So, wieder mal. Man kennt es ja nicht anders bei uns. Interessant zu sehen, dass sie nicht... Also das Einfachste wäre ja, wenn sich nur einer hier drum kümmern würde und alle erstmal ein Feld ernten und dann das nächste Feld ernten. Aber scheinbar reicht es ja mit vier, deswegen haben wir jetzt acht. Also die müssten im Prinzip das ganze Feld abernten können. Im Prinzip. Wie weit kommen wir jetzt mit dem Quarry? Die ersten Sachen sind schon abgebaut. Es steht halt direkt im Wald, weiß er, da musst du richtig viel abholzen. Was hat er jetzt? Food is low oder was? Locks. Ist so, ne? Können wir nicht ändern. Nicht auf die Schnelle auf jeden Fall. So, ziehen wir mal den Weg hier durch. Weil wir kriegen nochmal schnell so kleine Häuschen. So. Du bist Builder und du bist... Keine Ahnung, was bist du? Willst du auf dem Markt arbeiten? Nein. Ach, du bleibst arbeitslos. Nein, ich hab schon wieder zugebracht. So. So. Und, 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 und... Aber haben wir doch noch viel. Gut, die holen sich das jetzt alle ab, ne? Aber ist so, würde ich fast mal behaupten. Eigentlich müssten die genug haben. Es wohnen halt noch zu viele zu Hause. Das Ding ist, ich kriege nicht genug Häuser gebaut, weil ich so viele andere Sachen im Bau habe. Das verstehe ich wieder nicht. Warum haben sie es nicht geschafft, das ganze Feld zu ernten? Naja, ist so, ne? Kannst du dich ändern. Das können nur die Typen hier ändern. Hier wird jetzt wieder ein Haus gebaut. Ahäusle baue. Wie war sie denn hier? Noch nicht angefangen. Gute Voraussetzung. Ungleich sind in sind zwei Leute eingezogen. Und was ist jetzt low? Food. Wobei, die haben sich jetzt Sachen geholt. Also Food. Jetzt haben wir kein Essen mehr. Aber die müssen in den Häusern noch genug haben. Jetzt haben wir wieder Essen gekriegt. Das sind dann die Jäger, die dann wieder kommen. Und das Essen bringen. So, wie weit sind wir hier? Da sind wir auf den besten Wege. Ich finde es auch gut, wie sie einfach nur auf so ein Ding hacken. Und dann können sie es in so schön geregelten Häufchen regeln. Was ich wiederum nicht verstehe, ist, dass sie hinlaufen. Und dann laufen sie wieder zurück. Und dann laufen sie wieder hin. Anstelle, dass sie es mitnehmen. Aber naja. Ist so, ne? Das kann ich so jetzt nicht ändern. Und dann holen sie es so ab. Aber die sind eigentlich relativ gut darin, Sachen abzuholen. So, wir haben immer noch viele Sachen, die wir removen müssen. Also wegtragen. Wollen wir mal gucken. Da bin ich mal gespannt. Wie das dann am Ende aussieht. Ist das Haus hier fertig? Ne. Was haben wir noch so an Nahrung? Ja. Firewood haben wir auch noch. Ein bisschen was. Das ist nicht schlecht. Das könnte schlimmer sein. Sagen wir es mal so. Einer friert. Warum? Achso, weil er so lange unterwegs war wahrscheinlich. Wie viel Leather haben wir denn? Leather. Ein bisschen was. Also wir könnten Kleidung machen, wenn wir uns einen Schneider bauen würden. Da bin ich aber noch nicht. Noch bin ich kein Fan davon. Noch müssen wir eher gucken, dass wir alles hier gedeichselt kriegen. Wie die Framewaite immer runter geht, wenn er automatisch speichert. So. Jetzt haben die gleich alles removed. Was abzubauen ist. Ich glaube, der muss noch abgebaut werden. Oder der ist schon abgebaut. Oder steht halt nicht im Weg. Und dann sind wir quasi auf den Spuren des Quarries. Ne. Wenn wir denn die Sachen abholen. Was vielleicht auch geil ist, ist hier einen Tunnel durch. Ist schweineteuer. Aber das würde uns das Ganze natürlich um einiges versüßen, ne? Machen wir, wenn der Quarri fertig ist. Behalten wir im Auge, dass wir hier einen Tunnel durchlegen. Da müssen sie nicht außen rum laufen. Gruppei, du bist so klug. Ja, ich weiß. Die frieren. Kein Firewood mehr scheinbar da. Doch, jetzt wieder. Leine. Oh, warum ist einer gestorben? Oh. Died during the childbirth. Das sind Sachen, da kannst du nicht viel gegen machen. Es sei denn, du baust ein Krankenhaus, glaube ich. Dann können sie nicht sterben bei Geburten. So, was ist low? Firewood is low. Dann machen wir einfach mal zwei einen Woodcutter, ne? Zwischenzeitlich können die, die nichts vorhaben. Nein. Die, die nichts vorhaben, können hier nochmal so ein bisschen was abholzen. Damit wir auch nochmal mehr Holz kriegen. Weil für den Quarry wird jetzt viel drauf gehen. So, nur noch drei Sachen müssen removed werden. Eine Sache. Da kommt er. Und dann kann es losgehen. Dann müssen sie die Sachen, die sie weggetragen haben, wieder hinbringen. Locks are low. Achso, die tragen jetzt alles darüber. Jetzt müssen doch hier wieder welche sein, die fällen. Ja, genau. Builder habe ich wieder kleiner gemacht, also weniger. So, dass wir mehr Arbeitslose haben. Die unsere Bäume fällen. Wie viel holen die hier raus? 40 Locks. Das ist nicht viel, was die so in der Saison rausholen. Der Jäger dafür, ähm, richtig viel. Fleisch. Tausend Fleisch in der letzten Saison. Steht scheinbar recht gut um ihn. Quarry ist auch da. Da brauchen wir noch ein Lock. Und dann kannst du losgehen. So, ich trinke einmal kurz einen kleinen Schluck. So. Hier sehen wir schon den Grundriss des Quarries. Also da, wo das Ding stehen soll. Jetzt müssen sie einfach nur hinlaufen und daran arbeiten. Und dann müssen wir auch noch mal mehr Häuser haben. Tut mir leid. Wir müssen einfach mehr Häuser haben. Das nützt nichts. Das nützt nichts, wollte ich sagen. Blablabla. Wir kriegen wieder mehr Firewood jetzt, wo wir zwei Woodcutter angeschmissen haben. Aber die müssen in den Häusern auch noch gut Firewood haben. Da habe ich jetzt nicht drauf geklickt, ne? Ne. Wie weit seid ihr jetzt hier? Ah, guck mal. Da haben sie schon ein Holzgebilde gebaut. Das heißt, die sind gleich schon fertig. Und... Und... Unendlich Stein. Stone Limit setzen wir mal auf 300. So. Vier tun wir mal in den Steinbruch. Da geht einiges. Das dürfen sie gerne... Dürfen sie gerne im Steinbruch weiterarbeiten. Weil Stein wird jetzt nie wieder unser Problem sein. Hoffe ich. Es sei denn, mit Steinen kann man auch später gut handeln. Das werden wir wahrscheinlich tun. Und hier hinten sieht es echt... Das sieht echt gerodet aus. Also wird Zeit, dass unser Forrester hier hinten fertig wird. So, dass er das alles wieder anpflanzen kann. Ich glaube, vorher kann ich das alles nochmal wegholzen. Ich glaube, das gebe ich jetzt schon mal in Auftrag. Das ist nämlich ziemlich smart, das so zu machen. Weil der wird das nachher pflanzen. Das dauert dann halt länger, bis er halt richtig arbeitet. Was ist low? Stone ist low. Wichtig ist, dass wir den Tunnel auch noch kriegen. Guck mal, da haben sie auch Frauen in den Steinbruch geworfen, ne? Ich verstehe sowieso nicht, warum nicht die Kinder im Steinbruch arbeiten, ne? Also... Habe ich kein Verständnis für. Halt. Halt. Follow. Exit-Following. Aus. Hunger haben die hier. Na, das Haus ist ja auch gerade erst gekommen, ne? Und es ist jetzt erst gerade Erntezeit, also... Dann müsst ihr euch mal kurz entspannen, Freunde. Wie sieht es überhaupt mit der Zeit aus? Mit der Zeit zieht es... Ich habe wieder extrem gut abgepasst, darauf zu gucken. Gucken wir nochmal, ob sie jetzt alle genug Essen kriegen hier. Und dann bin ich zufrieden. Und dann sind meine Leute hier zufrieden. Iron Tools haben wir noch viele. Woodcutter. Lassen wir mal nur einen jetzt noch laufen. Aber da brauchen wir keine. Und geht hier einer hin. Auf meinen Steinbruch. Ist gestorben. The stonecutter was... Crushed by a rock. So kann es gehen. Es ist sehr gefährlich. Die Arbeiten. In der Mine und im Quarry. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Wie man das einsetzt. Aber jetzt haben wir auch wieder vier nachgekriegt. Alter Schwede. Guck mal, gehen nochmal zwei in Steinbruch. Es ist halt eine unendliche Ressource da unten. Food is low. Ich habe ja schon meine acht Farmer. Ich werde jetzt hier noch ein... Oder? Ne. Es ist doof, dass wir hier so viele Felder dann hinsetzen. Müssen wir mal gucken, dass wir die Felder anders hinsetzen. Vielleicht hier oben. Hier oben kann man gut Felder einsetzen. Das machen wir aber auf jeden Fall erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss. Euer Gorobay.